Ja, ja, ja. Wichtiger Nervensammoch da auch. Wichtiger Nervensammoch. Mach ich schon mal auf zwei. Man sieht man an deinen süßen Sommersprossen kaum, mein Bester. Man sieht die nur im Block. Na, hast recht. Freut mich übrigens mega, dass die so gut angekommen sind, die Vlogs. Na, richtig krass. Sind jetzt auch auf dem Weg zu den 22.000 Abonnenten. Ich möchte das nicht. Ist ja genau blau oder rot. Blau, aber ich will eigentlich, wenn, dann nur rot. Ah, okay. Ist übrigens ein sehr guter Clip geworden. Welcher? Von gerade. Dumme. Dumme hat einfach so gut die wirklich perfekt zugeschaut. Guck ich von unten nach oben und dann kannst du diesen Comic-Sound einfügen, dieses... Ah, da war richtig viel von gehört, Fred. Oh, echt? Hat man nicht gehört? Nee. Oh. Ich habe auf jeden Fall gerade gefeift. Gefeift, ja. Das wusste ich sogar, dass du gefeift hast, aber... Ach so. Dann hat es nicht so richtig gehört. Ich mache nochmal so ein... Gehört oder nicht gehört? Boah. Haben wir gehört. Haben wir gehört? Dinkel da. Haben wir gehört. Was man aber auch braucht jetzt hier aber auch. Einer ist noch über uns. Naja. Wir haben ja weakly Highlights. Hey. Was ist das denn? Rögen, Rolf? Da sind ja immer die... Ne, haben uns noch möchte dran. Street Break? Genau zu sein, verstanden. Bodenabau jetzt. Ja, halt oben drauf. Da. Ja, wo bist du denn, du? Da oben drauf. Da bewegt sich was. Street Break? Nicht nur... Der ist so one. Da oben drin. Guck mal, ich sache es wieder. Was er braucht will. Super. Hab ihn. Ja. Inkel da. Jetzt war aber nicht den Dennis da, meinte. Dem seien Dennis drin war das nicht. Ja, der ist aber auch jetzt One-Shot, was er aber auch braucht. Was er aber auch möchte. Was er auch will. In-game. So, letzte Runde, Roboter gleich UGM. Jetzt schon. The drone neutralisiert. I'm addicted and I just can't get enough. Ja, also vor allem, wenn du das wirklich durchziehst mit dem Zweiballen und dem Crouch und schießt mit dem Roboter, geht gar kein Recoil. Und da der Amos ist dann immer automatisch auf den Kopf ziehst, ja, weil der halt sich nie hinsetzt, wenn der schießt. Du musst halt crouchen. Aber wenn... Ja, aber... Wieso? Ich finde, ich schränke jetzt nicht so krass ein. Ich finde es eigentlich ganz nice. Aber dann wahrscheinlich eher UGM. Was hat John gestern gespielt? Äh, Roboter. Mit PPSH. Ja, ich denke, das ist halt overall besser, weil die meisten Leute, die halt, äh, wirklich krass sind, haben halt keine Lust auf dieses, auf dieses Steady-Gameplay von so einer fetten Waffe, weißt du? Das ist so nicht beweglich sein. Na gut. Aber Scum und Büffel haben das auch gemacht. Ich würde schon sagen, dass sie eher, also zum Beispiel mit den Zweibahn, weißt du? Hast du das? Das, ja, ja. Aber so UGM bist du allgemein vom Movement so richtig. Fest. Oh, guck mal da. Ja, ja, ja. Das safe, safe, safe. Oh. Ja, mal schauen. Aber... Oh, ich krieg ne Helmbombe. Oh, und wie schmeckt die? Wie schmeckt die Helmbombe? Scheiße. So sehen wir, oder? Ist das cool? Mein Psycho. Wir sind nice, Alter. Mit den eigenen Waffen, was du aber auch brauchst. Ich gönn ihm das. Ich gönn ihm das. Nee, tust du nicht. Weiß ich nicht, ob du das könntest. Nee, du bist sauer. Wollt ihr mal ne Drohne kaufen oder so? Oder irgendwas? Hucksack, dafür ne 10 Monate, Mann. Ich würd die, äh... Habt Geld gefunden. Ich würd denen gerne geben, was die brauchen. Ja, wo sind denn die, was die halt auch mal brauchen? Na, da oben so. Ach, da oben so. Irgendwo da so. Da so, oben so. Ey, aber der Truck ist schießt. Das heißt, da muss irgendwo wer sein. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. Ich mag die Roboter nicht. Welche Waffe spielt ihr gerade, Chad? Aha. Aha. Anderkeed da, Bro. Hallo. Nein. Nein. Das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Packs oder so. Mir geht's sehr gut, Sebo. Wie geht's dir mein Besser? So, hier oben da. Was da? Hier ist der Treffpunkt. Oh ja, siehst du dich da? Kannst du da reingehen? Ah, ihr seht euch doch da auch. Grau. Wir freuen ihn, die pümmeln da rum. Meinst du? Die machen gar nichts. Frauen blicksen. SCG. Ich weiß ja nicht, Chad. Ich weiß ja nicht. Okay, mein Movement ist super. Meine Mission ist dich zu beschüttet. Es wurde von hinten geknallt, was ich aber auch brauche ein bisschen. Ich werde hier aus dem Highland abgeschossen, Dome. Kannst du die Drohne anmachen? Ja, habe ich schon. Alle Geist. Alle Geist einfach. Doch nicht. Keiner Geist. Kein Einziger von hier. Keiner Geist. Keiner. Rainer Heist. Rainer Heist. Weiß. Steiß. Steiß ist auch ein ekliges Wort. Lass mal die Knallen hier jetzt hier oben, was wir überhaupt brauchen. Ja, ich habe einen Knock. Habe ich einen Knock. Der ist Low. Z, 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 Z in Mine. Nein, 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 nein. Pinkel da. Das ist so gut, oh mein Gott. Mal ein ZDD. Zwischenwinkel da. Machen Wattbum. Machen Wattbum. Sicherheitszone verlegt. Habe ich in den Highlights auch noch mal herzhaft drüber gelacht. Ich habe mir die Highlights selber noch mal 3-4 mal angeschaut oder so. Der Call of Duty-Part ist wirklich das Lustigste, was jemals so beim Kanal untergegangen ist. Die sind sehr funny. Nicht schießen! Ich leg die Controller hin. Da konnten wir aber auch wirklich nicht mehr. Naja, da war wirklich vorbei. Hier sitzt einer. Dahinter? Oh Gott, das sind Feinies, das sind Feinies. Weit ihr jetzt nicht? Ich kann das nicht mehr. Weit ihr jetzt nicht, ob das Feinies sind? Hä? Warum sagst du sowas, hä? Jo, der saß einfach nur hinter dem Zaun und hat nichts gemacht. Ne, sind Feinies. Das sind Feinies, Digga. Das darf man wirklich nicht mehr sagen, weil dann gehe ich ganz anders in die Grandpals rein. Nein! Feinde landen im Einsatzgebiet. Exzellent. Es wird Zeit zu gehen. Jetzt. Dein Teammitglied hat versagt und wurde zur Basis zurückgeschickt. Der Sieg ruht auf deinen Rückfahrt. Beende die Mission. Beende die Mission. Ich losse. Die Mission. Das ist die Veranstaltung. Tausend. Die Mission. Der Sieg ruht auf den Weg. Das ist ein Fehler. Der Sieg ruht. Den Sieg ruht auf den Weg. Es sind ja nur wirklich keine Geese. Winkel da. Ja, aber es waren auch keine Feinis. Der eine schon. Digga, will mal rein da. Weiß ich nicht. Sind komplette Feinis, die können gar nichts. Oh, ich bin tot. Oh, Doma, auch tot. Oh no. Hier sind die Gegner. Absolut auf den Loot wieder. Dennis, gute Runde da. Das ist ein Feinis. Neues. Und gestorben. No Auge, no Auge, no Auge. Nee, nee, nee. Ich nächste Runde höre ich auch mit dem Schleifen. So funktioniert nicht. Warte mal, wo ist denn jetzt der Loot hier eigentlich nochmal? Da bewegt sich was. Ja. Ja, die Feinis sind wieder da, Digga. Der Spawn, der Spawn. Knock, knock, den könnt ihr holen. Das ist einer meiner Missionsparameter. Ja, aber auf mich wird noch... Ja, nee. Füll, das wird nicht funktionieren. Ich werde gesnackt. Ja, Jungs, ist okay. Dennis hatte vielleicht doch ein bisschen recht. Einer von denen war schon ein Feini. Ja. Der Bushwookie war schon ein bisschen ein Feini. Ja, genau der. Komm mal, Loot, du Dreckschwein. Übrigens, Dumme, du hast recht. Ich habe jetzt mal drauf geachtet, weil wenn man die, wenn man keinen einzigen von diesen Marken einsammelt, dann macht es nur dieses Geräusch, dass da halt eine Marke ist. Und es kommt diese Musik, diese Fortnite Musik. Genau, genau. Also, ja. Was auch irgendwie zwei Sekunden viel zu lang geht. Ja, ja. Oh, 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 oh. Nein, der ist gekommen einfach, als er finished wurde. Oh, 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 oh. Was ist mit den Boys da auf dem Dach? Ja, lass sie knallen, was wir brauchen. Bullet im neunten Monat. Vielen Dank für den Prime im neunten Monat. Du bist der Beste. Ich küsse dein Herz. Vollwitz im zweiten Monat. Der zweiteste, der wichtigste. Und The Can. Danke für den fünf Monat. Support. Kuss. Komm auf den Kefid, komm auf den Kefid. Komm auf den Kefid. So viel verpasst hast. Ich will nur noch mal sagen. Egal, ich weiß. Es hat mir auch echt wehgetan. Ich wollte das nur noch mal sagen. Können... Das war wirklich chillig aus gar. Können wir über Hankys Party-Ausdauer sprechen? Hanky ist ein... Hanky ist... Also, weiß nicht. Der ist krank. Er ist ein Maniac, glücklich. Also, das kann nicht normal sein. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Hanky hat eine Ausdauer des Unfassbaßes. Ich wollte... Das muss ja vom Boxen kommen oder so vom Sport. Also, ich könnte das... Ich könnte das... Ich... Er meinte so... Äh... Ja, ist jetzt hier mein... 20. Getränk oder so. Und dann meinte ich so... Digga. Wie geht das denn? Er so... Ja, ich mach das öfter. Okay. Ja, er steht ja auch dabei, Mario. Steht dabei. Digga. Also, das haben die gepostet ab Oktober. Wir haben noch kein Datum. Oh. Panda Key. Äh, hinter uns. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Aber der ist doch gleich weg, oder? Das ist ein Feini, Hadi. Weißt du? Ja, da läuft er. Der ist gleich weg. Der kommt da nicht weg. Ich bin mir sicher. Hab ihn. Huh? Nice. Er gibt die Spritze. Ich hab' gefunden. Nein. Du kriegst den Kick, glaub' ich, trotzdem, oder? Nein. No, Mann. Ey, es tut mir so leid. Ich hab' ihn noch, während er Save-Ref hat, hab' ich ihn angeschossen. Bei meiner Ehre. Ja, ja, ich glaub dir das. Ja, solange wir den Win holen und ich hier zu Null mach, dass das in Ordnung kommt. Kopfgeldziel identifiziert. Bist du immer noch zu Null? Hab Spaß, ja? Na ja, das ist ja scheiße. Ich sag' einfach mal Unlocky. Das ist ja wirklich doof. Das ist ne richtige Scheiß-Runde. Ja, das ist okay. Das ist deine Erste? Ich hab' kurz überlegt, da hab' ich noch wirklich alles gegeben. Ne, die erste Runde heute. Ja, ja, mit euch halt, ne? Das ist die Kacke. Ja, ja, ein bisschen schön. Ich hab' den auch schon gesehen. Der ist hinter dem Riesenfels. Hinter dem Big Baba Bubu-Fels. Vielleicht kann Hardy nochmal ganz kurz Weak schießen, damit Dumme dann den Kill bekommt. Ja, hat er schon. Und den starb' ich mir von oben aber. Ist der Chill-Breaker, ja? Ja. Aber das reicht ja nicht, wie du siehst. Reicht einfach nicht. Reicht einfach nicht. Geil, Digga. Ich hoffe, der rennt jetzt richtig in mich rein. Du kannst ihm so den Finisher drücken. Ach du Scheiße. Boah, ist er tot. Oh, nein. Das kommt zu Null. Wundervoll. Zu Null. 14,80. RA ist Meter. Nicht mal Geld, der das kommt. Na, RA habe ich jetzt noch nichts Metamäßiges gehört. Ähm, Gulag ist noch keine Steps, das stimmt. Genauso. Hier landet einer hinter mir, unkorrekt. Ich habe Geld gefunden. Ein feindliches Team ist die Aufdeckung. Oha, er wurde geknallt. Der hätte ja schon ein bisschen Bock da oben jetzt. Ich muss jetzt hier mal ein One-on-One machen, wenn ich mal ein bisschen einkriegt bin. Jetzt bin ich tot, leider. Ja, er hat's ein bisschen selber vertackt, dass er da in die Deckung kommt. Ich sag einfach mal, schwierig jetzt. Fliegt der eine noch? Ja, der fliegt. Ja, ja, der fliegt. Komm, der One, wirklich jetzt. Noch'n Hit? Hab ihn. Schön. Ich habe ihn als er genocht, weil er Luft noch'n Hit gegeben. Was er auch gebraucht hat? Gebraucht hat. Ja, der eine läuft hier hoch jetzt aber auch, Phil. Wir lassen das T jetzt auch einfach weg. Was er gebraucht hat? Was er gebraucht hat? Was er gebraucht hat? Der läuft jetzt aber auch hoch. Was er auch braucht. Richtig da? Warte, eins von siebzig hab ich getroffen. Eins von siebzig. Ja, nee, jetzt mehr. Jetzt war's Cracked. Warte da. Oh, ich krieg Snipe-Hits von vorne. Ja, ja, und noch weiter oben. Jetzt muss aber auch mal da sein, Dennis. Jetzt brauchen wir nicht mal Snipe-Hits. Ja, ich bin voll da, Bruder. Bin voll da. Nee, 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 nee. Du bist... Du bist ein vorderster Front mit der Snipe. Das biebt man so nicht. Mach mal ab. Ich knall den jetzt. Den picke ich jetzt. Hinter dem Fels und oben. Hinter dem Fels und oben. Hab den da oben. One-Shot. Der hat Serpentine's Super-Perk. Fels ist Shilt-Break. Fels ist Shilt-Break. Hat auch keine Platten mehr. Ist one. Geh da jetzt ran, ne? Dennis, wir brauchen dich jetzt. Ich hab einfach keine Munition mehr. Schwierig. Von links. Ja, ja, hol ihn dir von oben. Die Zone ist aktiv. Wieder Shilt-Break. Ja, hat er doch noch Platten. Bin grad nicht bei euch. Ist egal. Ah, wie zieh ich Gasmaske auf? Nein. Der ist noch hier oben. Ich habe detaillierte Dateien. Ohne beginnt die Überflug. Erwartwurm. Wie zieh ich die Gasmaske auf? Hä? Da war keine... Du musst irgendwie nach unten gedrücken und dann Viereck auf die Gasmaske drücken. Ich hab's nicht gebeindet, einfach. Ne, ne, man kann das nicht beinden, Braum. Deswegen, mach das nicht an. Oh, okay. Du musst Falt-Lass nach unten, dann auf die Gasmaske und dann auswehen drücken. Ist kein Spaß. Deniz hat einen! Deniz hat einen! Ja, ich hab einen Kill gemacht. Mäschig da, ZGG. ZDD auch mal da. Z Dennis da. Zwischendennis da. Zwischendennis da. Da sind aber noch welche, ne? Da ist einer. Oh, ja, ich hör's. Na, perfekt. Der PPSH, zeig was du kannst. Der ist so... Einer... Och, Digger, du bist so ne Nutte. Digger, ein zweiter Kill. Ja, Mann! Ja. Den ist da. Den man dem gemacht hast oder so. Ah! Da vorne wurde gekauft. Ist mir egal, was du gerade abgelegt irgendwie mit Viereck. Ja, Mann! Achso, ne. Dann musst du X drücken. Danke. Das hat da voll jemand bei dir in den Chat geschrieben. Ich hab's genau da her. Ich hab's dir identifiziert. Hab Spaß, ja? Ähm... Kuss, Kumiko. Kuss, kuss, kuss. Wirklich sehr geil. Das wollte auch jeder, glaub ich. Liebe. Für Fortnite. Die prügeln sich hier oben. In die Drohne. Ja, Geld. Meld. Wir haben kein Geld. Ach, wenn man die aufzieht... Wenn man die nicht aufzieht im Gas, dann... Oh. Okay. Ja, die verbrochen sie trotzdem. Das ist ja geil. Das ist übelgeil. So ein bisschen garstig ist die PPSH ja schon, ne? Also... Ja, ist schon garstig. Ist schon garstig. Ob wir schon 30 haben? Ja, wir haben schon 30. Oder? Warte mal. Ja, ja. Wir haben genau 30. Was man jetzt aber auch mal braucht hier. Da ist er in der Luft, du Muggelsau! Nein! Muggelschwanz? Muggelschwanz aber auch, was er braucht. Wenn er möchte. Wenn er möchte aber auch. Dome, lass mir da mal einen von übrig, bitte. Ne. So traurig. Einer ist tot? Ja. Der zweite ist auch gleich tot. Geh den pushen. Geh weg. Brauch auch einen davon. Wo sind die? Ne, der zweite ist auch tot. Ey! Du Schwanz! Ja! Wieder mit einem Schaden oder so! Ja! Pensionsluftschlag auf meinem... Auf meinem... Umspomber. Er hält mit einer Ausrüstungslieferung. Der hat ja da unten gekauft bei dem Mobilen. Unten wurde wieder gekauft. Das ist richtig, Dennis. Das ist richtig. Ja, ja. Der snipet auch, Dennis. Er snipet auch. Wo snipet der denn? Und zwar wieder da. Sie ist... Ah, sie ist... Der snipet auch. Der snipet. Er ist der filmet. Jetzt! Auf den Finish ich jetzt die Quater. Die Roboter ist insane. Ich hab ne Drohne, gleich ist für euch. Digga, das ist wirklich das Nails. Wurde bei die Loaders wo ich grill? Ah ne, mobile Shop, ne? Ich habe detaillierte Dateien. Drohne beginnt Überflug. Ne, meine Ebene ist ja Quatsch. Ja, was ich aber auch brauche, der ist morgen. Kannst mich direkt kaufen. Der ist direkt unter dir. Schön, schön. Auf meiner Leite liegt Geld. Oh, guter Call da noch. Und dann nochmal oben zum, ne unten zum Shop einfach. Und dann hier lang. Aber ich glaube unten waren welche, oder? Ne, da ist keiner. Aber hier oben war noch... Und hier oben war noch einer, du musst jetzt aufpassen, ne? Weißt du wo der war? Ja, bleib mal in der Luft bitte. Ich bin schon da. Dann geht's um deinem Loot. Alles gut, alles gut, wir fein, wir fein. Er soll kommen. Der war in die Richtung. Dennis, kannst du nach oben bei uns einmal schauen, ob du den siehst? Ja, selbstverständlich. Es ist genau über mir, es ist genau über mir. Hier. Bin da, bin da, bin da. Doch nicht? Rechts von dir. Boah, ganz stark, ganz stark, erst nur noch, erst nur noch. Da ist noch einer, da ist noch einer. Wieder Auferstehung einfach. Null. Was gibt's wieder? Ja. Holy cow. Das war tot. Bewegung. Exzellent. Klingel da. Schön, schön, schön. Wir brauchen rein da. Ich will die Schnappschussgranate nicht. Lohn-Scan läuft, ach so, ja. Ein Trio, ein Solo, Solo ist rechts von mir. Trio ist hier in dem Haus. Eben wie sie. Ja. Wer läuft da unten? Ich will die Schnappschuss. Ich will die Schnappschuss. Ich will die Schnappschuss. Cheated. Absolut One-Shot. Noch eine Absolut One-Shot. Noch eine Absolut One-Shot. Noch einer fast Shipbreak. Surgentine hinterm Haus, One-Shot. Halt er dort fest. Ist der schon am Haus? Äh, jajajaja. Geh nicht alleine, warte kurz. Bleib mal oben bitte. Geh nicht runter oder so. Die sind immer noch cool. Schnappschuss. 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 Letzter. Der letzte ist One-Shot. Der letzte ist One-Shot. Nicht den, der markiert ist. Aber der safe, der safe Dennis. Der safe. Der safe. Oben ist der letzte. Oben ist der letzte Dennis. Oben ist der letzte Dennis. Einfach mal zuhören. Ja, 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 ja. Aber ich dachte, dass der... Ja, ist der. Ich bin für dich da. Ich war im Revive-Fokus, Junge. Ja, nee. So, wieder Auferstehung. Warte mal. Jetzt kommen die ja wieder. Jetzt müssen wir in den Highground schnell. Ja. Der letzte war hier. Der Solo. Die sind einfach rausgegangen, weil die dumm sind. Das ist ja wirklich sehr dumm. Das ist ja übel dumm. Hä? Schwanz. So, Jungs. Einen... Den letzten, den nehm ich hier. Nein. Ja, Ficker. Level 1. Karmus Level 1. DG's Shit. Schöne Runde. Du Ficker. Wir sind da. DG's. Das Lightning ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Safe. Das ist wieder Auferstehung. Nicht aus. Oh mein Fehler. Ich spiel das Spiel nicht so offen. Nicht alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir. Wuppertal.